Gute Demokratiebildung braucht ein funktionierendes Kooperationsmanagement. Mein Name ist Julian von Oppen, ich arbeite in der Landeskooperationsstelle Schule Jugendhilfe bei CobraNet in Potsdam und begleite Kooperationsprozesse zwischen Schule und Jugendhilfe. Zum guten Kooperationsmanagement gehören für mich vier Punkte. Das erste ist eine Einigung über den Gegenstand, das zweite sind gute Strukturen der Zusammenarbeit sich zu schaffen, das dritte ist so die Ressourcen und Grenzen der Organisationen kennen, die beteiligt sind und das vierte ist so eine gemeinsame Kultur zu entwickeln, wie man gut zusammenarbeiten kann. Wenn man sich überlegt, dass verschiedene Institutionen zusammenarbeiten, die unterschiedlich Herangehensweisen an pädagogische Fragen haben, Schule und Jugendhilfe oder außerschulische Partner, dann treffen da auch unterschiedliche Vorstellungen von Pädagogik, von Grenzsetzungen, von Autorität, von Hierarchie aufeinander, die abgeglichen werden müssen, worüber es eine Klärung geben muss, wer erwartet hier eigentlich was von den Kindern und Jugendlichen. Das heißt, es braucht immer auch so eine Aushandlung der Professionalität und zwar der pädagogischen Professionalität, nicht nur der fachlichen Professionalität. Kooperationsmanagement ist, finde ich, aber besonders wichtig in Demokratiebildungsprozessen oder Projekten, weil die Fachkräfte da auch eine Vorbildfunktion haben und auf eine bestimmte Art und Weise miteinander demokratisch kooperieren sollten, um Wege vorzuleben, wie man gut Konflikte oder unterschiedliche Sichtweisen zusammenbringen kann. Aus meiner Sicht ist es im Kooperationsmanagement, wie in jeder zwischenmenschlichen Beziehung auch, es braucht eine Klarheit, es braucht eine Offenheit und es braucht eine Verlässlichkeit. Klarheit im Sinne von, was kann ich, was will ich, was kann der andere, was will der andere. Offenheit dafür, dass Dinge auch anders sein können, als ich sie mir vorgestellt habe oder als ich sie mir vielleicht auch wünsche, um da in einen Abgleich zu gehen. Und Verlässlichkeit im Sinne von, wenn ich was zusage, dann halte ich das auch ein und bin ich plötzlich ganz anders, als eigentlich angekündigt war. Gute Demokratiebildung braucht Vorbilder, die das vorleben, wo man sehen kann, dass es funktioniert, auch wenn es anstrengend ist. Also zum Beispiel die Pädagogin, die tätig sind in den Projekten. Und es braucht, was aus meiner Sicht einer der zentralen Punkte ist, echte Ausprobierräume, in denen echte Erfahrungen gemacht werden können, wo man auch Fehlentscheidungen treffen kann und die Konsequenzen spürt, aber auch merkt, dass sich wirklich was verändert, wenn man mitbestimmt. Die Konsequenzen und die Konsequenzen Vielen Dank.